Der Ö1-Essay 50 relevante Texte der letzten 100 Jahre Heute mit Gedanken des dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl. 1995 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel »Dein kompetentes Kind«. Juhls These, Kinder haben von Anfang an eine eigene Persönlichkeit und sind damit menschlich und sozial kompetente Partner ihrer Eltern. Juhl befürwortete einen Paradigmenwechsel bezogen auf die traditionelle Sichtweise des Eltern-Kind-Verhältnisses. Er plädiert für eine prinzipiell dialogische Haltung dem Kind gegenüber und ermuntert dazu, Erziehung als offenes, zukunftsweisendes Experimentent wahrzunehmen, von dem beide Seiten in ihrer weiteren Entwicklung profitieren können. Jesper Juhl sieht die Familie als Einheit, die sich gegenseitig bedingt. Eine fehlerlose Erziehung, so Juhl, gibt es nicht. Wichtig sei, wie man mit Fehler- und Schuldgefühlen umgehe. Aus Jesper Juhls wenige Jahre später erschienenem Buch mit dem Titel »Grenzen, Nähe, Respekt« auf dem Weg zur kompetenten Eltern-Kind-Beziehung liest nun Raphael von Dargen. Dieses Buch handelt von dem, was man mit einem altmodischen Ausdruck »den Kindern Grenzen setzen« nennt. Es beschreibt Möglichkeiten, sich gegen andere Menschen, auch gegen kleine und große Kinder, so abzugrenzen, dass zwischen beiden Seiten ein möglichst guter Kontakt besteht und ohne, dass eine von beiden Schaden leidet. Unsere Liebe zu unseren Kindern und zu nahestehenden Erwachsenen wird von uns selbst anders erlebt als von ihnen und von ihnen anders als von uns. Ihr Erleben ist abhängig davon, wie wir unsere liebevollen Gefühle in liebevolle Handlungen umsetzen. Kinder und Erwachsene erleben auf ihre eigene individuelle Art, dass sie geliebt werden. Gemeinsam aber ist uns allen, dass wir uns immer dann nicht geliebt fühlen, wenn unsere persönlichen Grenzen verletzt oder nicht respektiert werden. Bei schweren und häufigen Verletzungen nimmt unser Selbstwertgefühl ab und damit auch unsere Fähigkeit, konstruktiv zu handeln. Wir sind dann weder zur Sorge für uns selbst noch zum Kontakt mit dem Anderen fähig, der uns verletzt. Das gilt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Es braucht Zeit, die eigenen Grenzen kennenzulernen. Manche Grenzen spüren wir instinktiv, bei anderen kann es Jahre dauern, bis wir sie erkennen und so markieren lernen, dass auch andere sie bemerken. Es gehört zu dem Paradoxa des Lebens, dass wir unsere eigenen Grenzen nur dadurch erkennen können, dass andere sie übertreten. Und ebenso können wir die Grenzen der Anderen nur kennenlernen, indem wir ohne es zu wollen mit ihnen zusammenstoßen oder sie sogar verletzen. Im allgemeinen sozialen Leben mit anderen Menschen, zu denen wir kein Liebesverhältnis haben, erlernen wir einige formale Spielregeln. Die Spielregeln sind von Kultur zu Kultur und in verschiedenen sozialen Gruppen unterschiedlich, aber es geht immer darum, eine gewisse Distanz einzuhalten, damit wir nicht Gefahr laufen, jemanden zu verletzen. Beim Zusammenleben in der Familie geht es um das Gegenteil. Um Nähe. Das Bedürfnis kleiner Kinder nach Nähe scheint manchmal unersättlich, obwohl auch sie Pausen und Distanz brauchen. Sie kennen die Grenzen der Eltern noch nicht und lernen sie nur kennen, indem sie im Laufe der Zeit mit ihnen kollidieren. Eines der wertvollen Geschenke, die Kinder ihren Eltern machen, ist die Möglichkeit, die eigenen Grenzen kennenzulernen und so zu verändern, dass sie für beide Seiten möglichst konstruktiv werden. Genau das geschieht auch in einem Liebesverhältnis zwischen Erwachsenen. Der einzige Unterschied zwischen einem Kind und einem Erwachsenenpartner ist der, dass dem Kind weniger Erfahrung zur Verfügung steht. Aber in jedem Fall dauert es ungefähr zehn Jahre, sich seiner Grenzen klar bewusst zu werden. Je besser wir unsere Grenzen kennen und je persönlicher wir sie zum Ausdruck bringen können, desto befriedigender wird unser Kontakt mit anderen Menschen sein. Und umgekehrt. Im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist die Liebe so groß und so leicht zu verletzen, dass in dem wechselseitigen Lernprozess, der das Familienleben immer ist, beide Seiten ständig in Gefahr sind, die Grenzen des anderen zu verletzen. Unsere Haltung zu Kindern und Kindererziehung ist mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger durchdacht und nicht selten ist sie in sich widersprüchlich. Manchen Menschen sind ihre Haltungen wichtiger als das Leben selbst. Für andere sind sie ein innerer Gesprächspartner, der lediglich dazu dient, den Dialog mit anderen zu unterstützen. Manche Menschen sagen, ich bin meine Haltungen. Wir alle waren jemand, bevor wir unsere Haltungen annahmen und wir sind jemand hinter ihnen. Diesen jemand brauchen wir, wenn wir selbst Eltern werden. In der Familie bestimmen die Eltern und in der Kinderkrippe, im Kindergarten und in der Schule bestimmen die Erwachsenen. Kinder besitzen eine Menge Lebensweisheit, aber sie wissen nicht genug vom Leben und von der Welt und haben nicht den nötigen Entwicklungsstand, um die Führung zu übernehmen. Für Kinder ist es ohne jeden Zweifel das Beste, dass die Erwachsenen bestimmen. Dabei ist natürlich wichtig, was die Eltern bestimmen und noch wichtiger ist es für Gesundheit und Wohlbefinden der Kinder, wie sie bestimmen. Ob diktatorisch oder demokratisch, hart oder flexibel, nach Lust und Laune oder so, dass die Entscheidungen einen Zusammenhang haben. Kinder fühlen sich ebenso wie Erwachsene dann am wohlsten, wenn die Entscheidungen möglichst viel inneren Zusammenhang haben. Das setzt vor allem voraus, dass die Eltern sich klar machen, auf welche Werte sie das Familienleben gründen wollen. Unsere Werte sind uns zum Teil bewusst, zum Teil auch nicht. Wir formulieren sie selten, bringen sie aber ständig in Worten und Handlungen zum Ausdruck. Vor nur einer Generation waren die meisten Werte, an denen sich die Kindererziehung orientierte, moralischer oder religiöser Natur und die Eltern waren sicher, was richtig und was falsch ist. Seitdem ist unser Wissen viel größer geworden. Wir kennen den kindlichen Menschen besser und können präziser angeben, unter welchen Bedingungen er sich am besten entwickelt. Was unsere Eltern und Großeltern in der Kindererziehung für gut und richtig hielten, hat sich zum großen Teil als falsch erwiesen. Moderne Eltern, die im Namen der Kinder Entscheidungen fällen sollen, stehen vor einer komplizierten Aufgabe. Dass sie bestimmen, ist eine Sache. Eine andere ist, dass ihre Entscheidungen den Kindern auch möglichst gute Entwicklungsbedingungen verschaffen sollen. Das bedeutet, dass die Eltern von der Macht, die sie traditionsgemäß haben, einen großen Teil abgeben müssen, ohne zugleich die Führung aus den Händen zu geben. Diese Aufgabe ist unglaublich schwierig und die wenigsten Eltern können sie ohne weiteres lösen. Man kann es nur zusammen mit den Kindern erlernen, während sie allmählich aufwachsen. Dieser wechselseitige Lernprozess führt unweigerlich zu Konflikten und Frustrationen. Beide Seiten sind von Zeit zu Zeit ärgerlich, frustriert oder wütend. Und das muss so sein. Konflikte zwischen Kindern und Eltern sind keine Anzeichen dafür, dass die Eltern ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind, sondern dienen dazu, dass beide Seiten etwas lernen. Die Verantwortung für die Konflikte aber übernehmen in einer gesunden Familie die Eltern. Den Kindern die Schuld zu geben, ist verantwortungslos und führt nur zu neuen, noch destruktiveren Konflikten. In den skandinavischen Ländern wird körperliche Gewalt seit einer Generation nicht mehr als Bestandteil der Kindererziehung und Pädagogik akzeptiert. Zwar gibt es immer noch Eltern, die ihre Kinder schlagen, aber die meisten von ihnen sind sich mittlerweile darüber im Klaren, dass Gewalt schädlich ist, sowohl für das Opfer als auch für den, der sie ausübt. Wir sind inzwischen zivilisiert genug, um von Gewalt als Mittel der Machtausübung Abstand zu nehmen. Gleichzeitig erkennen wir, dass es wahrscheinlich keinen wirklichen Unterschied zwischen physischer und sogenannter psychischer Gewalt gibt, worunter lächerlich machen, Kritik, Sarkasmus, heruntermachen und üble Nachrede hinter dem Rücken des Kindes zu verstehen sind. Beide Formen von Gewalt sind für den Menschen zerstörerisch. Gewalt als Mittel der Erziehung erzeugt keinen Respekt, sondern Angst. Sie bringt den Kindern nicht den Unterschied zwischen richtig und falsch bei, sondern lehrt sie, dass Gewaltanwendung richtig ist, wenn man die Macht hat. Sie lehrt die Kinder nicht, die Grenzen der Erwachsenen zu respektieren, sondern die Konsequenzen zu fürchten. Jahrhundertelang sind die Menschen es gewohnt gewesen, dass ihnen allein schon die Tatsache, Vater oder Mutter zu sein, eine formale Autorität verlieh, die ihnen die Ausübung ihrer Macht leicht machte. Das ist jetzt anders oder richtiger, so ist es nur noch während des ersten oder der ersten beiden Lebensjahre des Kindes. Moderne Eltern müssen eine sehr viel persönlichere Autorität entfalten, wenn ihnen ihre Führungsrolle gelingen und Machtmissbrauch vermieden werden soll. Entsprechendes gilt für die Partnerschaft zwischen Erwachsenen, seit die Geschlechterrollen immer mehr verschwinden. Eltern, Lehrer und Pädagogen genießen den Respekt ihrer Umwelt inzwischen weniger durch das, was sie sind, als dadurch, wer sie sind. Kinder und Erwachsene haben den Respekt vor den Machthabern verloren und wir bewegen uns langsam aber sicher auf eine Zeit zu, in der das Maß an persönlicher Glaubwürdigkeit darüber entscheidet, wie viel Respekt uns entgegengebracht und wie viel Macht uns in privaten und pädagogischen Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen zugestanden wird. Für uns Familientherapeuten ist es der Prozess des wechselseitigen Umgangs miteinander, der in erster Linie über das Wohlbefinden einer Familie entscheidet. Inhalt bezeichnet hier das, was wir tun, worüber wir reden und welche Richtlinien und Traditionen in unserer Familie gelten. Prozess bedeutet die Art und Weise, in der wir es tun, die Art und Weise unseres Sprechens bedeutet Stimmung, Tonfall und Atmosphäre in unserem Umgang miteinander. Wir meinen damit nicht wie früher, dass man anständig oder vernünftig zu reden hat, im Gegensatz zu hässlich oder hysterisch, sondern dass es eine Art und Weise gibt, Dinge zu tun, die konstruktiv und gesund ist für die Familie, im Gegensatz zu einer destruktiven und ungesunden. Ist der Umgang miteinander in einer Familie destruktiv, dann sind alle Mitglieder der Familie davon betroffen. Die einen spüren es früher und deutlicher als die anderen, aber alle leiden darunter und auch das Verhältnis der Familienmitglieder untereinander wird beeinträchtigt. Entsprechendes gilt auch für den konstruktiven Umgang miteinander. Alle fühlen sich dabei wohl. In allen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern sind ausschließlich die Erwachsenen für die Qualität des wechselseitigen Umgangs miteinander verantwortlich. Mit dieser Feststellung will ich nicht meine Haltung zu Kindern zum Ausdruck bringen, etwa die Auffassung, die Erwachsenen sollten die Verantwortung haben, weil sie die Älteren sind. Sie ist vielmehr Ausdruck der Tatsache, dass Kinder diese Verantwortung nicht übernehmen können. Manchmal müssen die Kinder sie übernehmen, weil die Erwachsenen nicht dazu in der Lage sind, aber dann ist das Ergebnis immer für beide Seiten destruktiv. Die Verantwortung für die Qualität des wechselseitigen Umgangs miteinander kann weder auf die Kinder übertragen, noch mit ihnen geteilt werden. Sie liegt ausschließlich bei den Erwachsenen. Es ist ihre größte Verantwortung und sie liegt auf dem Gebiet, auf dem sie indirekt die größte Macht im Umgang mit Kindern ausüben. Traditionsgemäß haben Eltern diese Verantwortung immer dann akzeptiert, wenn die Stimmung in der Familie gut war, sie aber von sich geschoben, wenn die Stimmung schlecht war. So ist es in den meisten Familien immer noch. Wenn der wechselseitige Umgang zwischen Kindern und Erwachsenen misslingt, geben die Eltern und die Erzieher und die Lehrer den Kindern die Schuld. Das ist nicht nur verantwortungslos von ihnen, sondern auch unethisch, denn es untergräbt die Lebenstauglichkeit der Kinder. Die Alternative dazu ist nicht, dass Eltern sich selbst die Schuld geben, denn das würde weder ihnen noch den Kindern nützen. Woran glauben wir? Wir alle besitzen eine angeborene Fähigkeit, Konflikte so durchzuhalten, dass wir an ihnen wachsen und uns durch sie weiterentwickeln. Viele Erwachsene haben diese Fähigkeit aus unterschiedlichen Gründen verlernt oder man hat ihnen beigebracht, sie sei etwas Kindisches. Deshalb haben sie aufgehört, diese Fähigkeit anzuwenden und sie versuchen ihrerseits ihre Kinder dazu zu bringen, dass sie ihr entwachsen. Das ist schade, denn es handelt sich um die einzige Fähigkeit, die uns ein Leben lang psychisch gesund erhalten kann. Kinder brauchen ebenso wie Erwachsene Zeit, wenn sie etwas tun sollen, wozu sie gerade keine Lust haben. Zeit, um die Position zu finden, in der sie Ja sagen können. Wird ihnen diese Zeit nicht gelassen, können sie nur Jawohl sagen und müssen ihre persönliche Integrität aufgeben. Auf dem Fußballplatz oder im Kindergarten können sie sich durchaus entschließen, sich einer solchen Form von Disziplin zu unterwerfen, aber gegenüber den Eltern haben sie keine Entscheidungsfreiheit. Kinder sind so sehr auf Kooperation mit den Eltern eingestellt, dass sie es als Misstrauen und Kränkung empfinden, wenn die Eltern sie zur Zusammenarbeit zwingen. In der Welt des Kindes geht es nicht um das Zähneputzen, sondern darum, dass seine Liebe zu den Eltern infrage gestellt wird. Wenn man das weiß, fällt es einem leichter, Prioritäten zu setzen. Wenn also die Eltern den Kindern Zeit lassen können, lassen sich viele sinnlose und kraftraubende Konflikte vermeiden. Benutzen sie dagegen die Zeit als Trick, um ihren Wilden durchzusetzen, dann funktioniert es nicht. Kinder sind in diesem Punkt genau wie Erwachsene. Wir wollen, wenn irgend möglich, gern kooperieren, aber wir haben es nicht gern, wenn wir durch Manipulation dazu gebracht werden. Gespräch und Verhandlung Stehen die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und Eltern gegeneinander, so bedarf es des Dialogs und der Verhandlung, um die Gegensätze auf einer höheren Stufe zu vereinen. Man sollte sich dabei vor Augen halten, dass für das Gedeihen und Wohlbefinden der Familie die Qualität des Prozesses ausschlaggebend ist. Qualität erfordert oft Nachdenken und manchmal viel Zeit. Das persönliche Gespräch aber ist im Prinzip viel kürzer als das Unpersönliche. Die Qualität des Gesprächs ist für das Wohlbefinden der Familie wichtiger als ein Ergebnis. In der Familie haben wir die Aufgabe, die Wünsche und Bedürfnisse der anderen genauso ernst zu nehmen wie unsere eigenen oder unsere eigenen genauso ernst wie die der anderen, je nach Ausgangspunkt. Interessanterweise haben Kinder und Erwachsene auch in diesem Punkt etwas gemeinsam. Wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Wünsche und Bedürfnisse ernst genommen werden, ist es weniger wichtig für uns, Recht zu behalten oder unseren Willen zu bekommen. Es ist daher für die Gesundheit der Familie wichtig, dass wir lernen, mit gutem Gewissen Nein zueinander zu sagen und uns dabei gegenseitig helfen. Schuld und Verantwortung Die meisten Menschen bekommen Kinder, um sich selbst einen Wunsch zu erfüllen, nicht um der Kinderwillen. Ihr Ausgangspunkt ist also Selbstliebe im besten Sinne des Wortes. Sie wollen ihr Leben bereichern und später wollen sie alles Erdenkliche tun, um das Leben der Kinder zu bereichern. Elternschaft hat mit dem Bedürfnis zu tun, zu geben und das Gefühl zu haben, dass man für einen anderen Menschen wertvoll ist. Diese fundamentale Selbstliebe findet ihr Gegengewicht, wenn alles gut geht, im Engagement für das Kind, seine Bedürfnisse und seine Person, mit der die Erwachsenen nach und nach konfrontiert werden. Einerlei, ob das elterliche Verhältnis zum Kind auf Macht oder auf Gleichwertigkeit beruht. Die Eltern verfolgen immer das Ziel, dem Kind ein gutes Leben zu verschaffen nach dem Maßstab, an den sie selbst glauben. Wie alles im Leben gelingt geht auch auch dies mehr oder weniger gut. Perfekte Eltern gibt es nicht und glücklicherweise geht es auch ohne Perfektion. Kinder haben die Eltern, die sie haben und damit müssen sie sich abfinden. Ebenso wie die Eltern sich damit abfinden müssen, dass ihre Eltern so waren, wie sie waren. Das Entscheidende für die Qualität im Leben des Kindes, im Leben der Eltern und im Verhältnis zwischen ihnen sind die Fähigkeit und Bereitschaft der Eltern, die Verantwortung für das zu übernehmen, was nicht gelingt. Das geschieht am besten, indem man sich mit dem Kind zusammensetzt und etwa sagt, ich habe gestern oder vor zwei oder zehn Jahren so und so gehandelt. Es war ein Fehler. Bitte entschuldige es, es war nicht deine Schuld. Wird diese Botschaft so einfach und deutlich formuliert, dann geschehen drei wichtige Dinge. Die Erkenntnis des Erwachsenen wird zum konstruktiven Moment das Kind wird von Schuld entlastet und es lernt zugleich, was es heißt, ein verantwortlich handelnder Mensch zu sein. Die Erkenntnis des Erwachsenen ermöglicht es, fortan konstruktiver zu handeln. Bedingung ist, dass der Erwachsene nicht sentimental wird und an das Kind appelliert, ihm zu vergeben. Denn dann hätte das Kind die Verantwortung, sich des Schuldgefühls des Erwachsenen anzunehmen und damit würde seine Bürde verdoppelt. Dieses diffuse Schuldgefühl ist ganz oberflächlich. Es macht einen weder besser noch klüger und es bringt auch den Kindern nichts. Man sollte es aus der Familie verbannen oder mit dem einzig bekannten Gegengift ausrotten. Mit Humor und Selbstironie. Schuldbewusstsein und das konkrete Erlebnis von Schuld sind dagegen feste Faktoren in einer jeden Familie. Sie gehen Hand in Hand mit der Liebe, aber ebenso wie alles andere müssen sie ihren Platz in der Gemeinschaft finden. Sie dürfen nicht das ganze Unternehmen kommandieren. Die Fähigkeit der Kinder sich den Bedingungen ihres Aufwachsens anzupassen ist nahezu unbegrenzt. Was verletzlich ist, ist ihre Liebe zu sich selbst. Raphael von Bargen las Auszüge aus dem Buch Grenzen, Nähe, Respekt des dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl. Das von Altenbruns übersetzte Buch ist bei Rowold erschienen. Redaktion dieses Ö1-Essays Kurt Reisnecker Auszüge